Leute, dann mal aufgestillt hier. Und ich guck mich dann mal um hier. Passt mal auf, ich guck euch ganz genau an. Und wenn hier einer schief guckt, der ist raus. Ist klar, ihr seid ja alle niedlich. Weil niedlich verkauft sich. Versteht ihr? Gut. Also. Mhm, ja. Ja, du bist niedlich, du kannst raus. Ja, Mandy, du bist auch niedlich, du kannst auch raus. Ah, hallo, Panda. Lass dich mal angucken. Ja, du bist auch niedlich, du kannst auch raus. Ist das anstrengend. Meine Leute, der Job ist echt hart. So, und jetzt zu dir. Lass dich mal anschauen. Bist du recht groß, bist niedlich, kannst auch raus. Du bist auch groß, bist auch niedlich, kannst auch raus. Abmarsch, los. Zack, zack. Nimm mal, jetzt war er abends. Schüsikowski. Ja, jetzt los, Leute. Wann hat man in dem Laden? Verdammt nochmal. Wann hat man in dem Laden? Ja, ich bin fast. Ich bin fast. Ja, ich bin fast.